Hallo zusammen, ungefähr vor zwei Jahren habe ich mich das erste Mal mit Solana beschäftigt und damals habe ich mich für Star Atlas interessiert. Das ist so ein Strategiespiel auf Solana, das auf NFTs basiert. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon richtig viel Gutes über Solana gehört, wie es zum Beispiel Ethereum outperformen wird, die schnellen und günstigen Transaktionen und so weiter und so weiter. Und Mensch, war ich damals enttäuscht. Schon beim Kauf eines einzigen NFTs haben die Transaktionen Minuten gedauert, jede zweite Transaktion ist fehlgeschlagen und alles war irgendwie clunky und wirkte mal eben schnell zusammengezimmert. Danach war Solana für mich erstmal gestorben und fast zwei Jahre lang habe ich Solana nicht mehr angefasst. Und ein Glück blieb mir dadurch wahrscheinlich so einiges erspart mit FTX zum Beispiel oder die ständigen Ausfälle der Chain. Und die ganzen Hacks, die seitdem stattgefunden haben. Aber als ich dann vor zwei Monaten angefangen habe, mich vermehrt mit Prepdexes, Futures und Optionen zu beschäftigen, bin ich auf Drift gestoßen. Und Drift, das ist ein sehr, sehr spannender Prepdex, aber nur leider eben auf Solana. Und als ich dann Drift ausprobieren wollte, habe ich Solana eine neue Chance gegeben. Und ich muss sagen, dass es mich inzwischen durchaus überzeugt. Das hat dann schließlich dazu geführt, dass ich immer tiefer in Solana eingestiegen bin und nun frage ich mich einfach, muss ich Solana haben oder nicht? Jedenfalls der Solana-Preis hat in den letzten Monaten sehr stark performt. Und wie man hier sieht, waren wir Anfang Oktober noch bei 20 US-Dollar, Anfang November schon bei 38 US-Dollar. Und inzwischen waren wir auch schon bei 65 US-Dollar. Stand heute liegt der Preis bei 56 Dollar, was ungefähr jetzt ein 3X ist. Die TVL von Solana ist laut DeFi-Lama im letzten Monat auch um 100% angestiegen. Und das kann unter anderem daran liegen, dass wir auf Solana Airdrop-Season haben. Und es hat schon einige größere Airdrops gegeben in den letzten Wochen, wie zum Beispiel Pyth oder Jupiter. Heute wurde der JITO-Airdrop angekündigt. Aber viele der großen Projekte auf Solana haben noch immer keinen eigenen Token. Man kann also auf Airdrops hoffen, wenn man auf Solana Projekte ausprobiert. Für mich ist das eher nichts. Ich kann zwar hier und da gerne mal den ein oder anderen Swap machen oder Assets hin und her bridgen. Aber um richtig berücksichtigt zu werden, muss man in der Regel Liquidität zur Verfügung stellen. Und dafür sind mir die Projekte noch zu jung und zu unsicher. Aber woran liegt das, dass es jetzt so viele Airdrops gibt? Wenn ein Projekt einen Token herausgibt, gibt es meistens Lockups für das Team und die frühen Investoren. Die müssen also in der Regel mindestens ein Jahr warten, bis sie ihre Tokens dumpen können. Und wenn man sich die Anzahl der Tage zwischen dem Bottom und dem Alltime High der letzten beiden Bullenmärkte anschaut, dann liegen dazwischen so mehr oder weniger zweieinhalb Jahre. Und der Bottom für Bitcoin war vor circa einem Jahr, als FTX pleite ging. Also sind es noch etwa anderthalb Jahre bis zum Ende dieses Bullenmarktes, wenn es denn einer ist. Also wenn man dieser Zyklus-Theorie glauben will, dann wird es allerhöchste Zeit, ein Token zu launchen. Weil sonst kann man erst auscachen, wenn der Bullenmarkt wieder vorbei ist. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass jetzt Airdrops auf Solana kommen. Aber wie gesagt, nicht mein Ding. Wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen? Es gibt ohne Ende Airdrop-Guides auf YouTube und Krypto-Twitter. Und ich werde wahrscheinlich auch ein paar unten in die Videobeschreibung packen. Und ich frage mich halt, wieso soll ich in Solana investieren, wenn ich Ethereum habe? Und da ist natürlich die Frage, gibt es eigentlich Innovationen auf Solana, die Ethereum nicht hat? Und hat Solana mehr Kurspotenzial bei gleichem Risiko? Und Ethereum ist ja eigentlich preistechnisch schon eine sichere Bank. Wieso sollte ich dann Assets von Ethereum nach Solana umschichten? Jedenfalls der DeFi-Space ist auf Solana grundsätzlich sehr ähnlich zu Ethereum. Es gibt eigentlich alles, was es auf Ethereum auch gibt. Nehmen wir mal Liquid-Staking-Tokens. Da gibt es die Projekte Marinate Soul und JITO. Die Staking-Rendite liegt da so um die 6 bis 8 Prozent, also tatsächlich sogar doppelt so hoch als bei Ethereum. Und dann gibt es natürlich auch ganz normale Dexes, wie zum Beispiel Radium oder Orca. Und den Dex-Aggregator Jupiter, den gibt es auch noch. Der hat jetzt vor kurzem seinen eigenen Token gelauncht in einem Airdrop. Und zusätzlich haben wir dann noch ganz normale AMMs wie MarginFi und Camino. Das ist übrigens eine sehr gute Anlaufstelle, um nach einigermaßen werthaltigen Projekten zu suchen. Immerhin sind die hier gelisteten Tokens minimal geprüft worden, ob sie sich als Collateral eignen. Ist jetzt allerdings auch kein echtes Prüfsiegel für Qualität. Aber schon einmal mindestens anfangen und man sieht hier, dass es noch nicht allzu viel davon gibt. Und auf Solana gibt es sogar Prubs, wo man mit Hebel, Long und Short gehen kann. Da wären vor allem Drift und Zeta zu nennen. Aber im Grunde sind das alles Projekte, die es irgendwie auf Ethereum auch schon gibt. Also keine echten Innovationen, für die man zwingend auf Solana gehen muss. Ein wenig Potenzial dafür könnte im aktuellen Fire Dancer Upgrade liegen, bei dem Solana eine zweite Validator Software bekommt. Es ist tatsächlich so, dass es bislang nur eine offizielle Solana Software gibt, mit der die gesamte Blockchain betrieben wird. Das ist natürlich hochgradig fehleranfällig. Und wenn da ein Fehler drin ist, das haben dann eben alle Projekte, alle Wallets und alle Bridges, die mit Solana zu tun haben, auszubaden. Und jetzt kommt immerhin eine zweite Software namens Fire Dancer raus und die soll unter anderem Millionen Transaktionen pro Sekunde bringen. Und außerdem sollen die Hardware Anforderungen so stark sinken, dass praktisch jeder einen Validator betreiben kann. Und damit auch einen eigenen Stake Pool, also selber Staking Anbieter werden kann und sogar einen eigenen Liquid Staking Token rausbringen kann. Und weil das dann ein wenig problematisch ist, wenn es tausende LSTs gibt, weil dadurch einfach die ganze Liquidität, die man eigentlich für einen LST braucht, total fragmentiert wird, gibt es dieses neue Projekt, das eine Liquiditätsquelle für solche kleinen LSTs bereitstellen will. Und das Projekt heißt Sanctum und ist noch ganz am Anfang. So etwas gibt es zum Beispiel auf Ethereum nicht. Aber würde ich DeFi auf Solana jetzt wirklich ernsthaft benutzen? Also ich glaube eher nicht, weil es einfach immer noch zu neu und ungeausgegoren ist. Und immerhin bekomme ich dieselben Tools ja auch mit denselben Möglichkeiten auf Ethereum und den ganzen Layer 2s mit einer sehr, sehr langen Projekthistorie. Und damit verbunden natürlich auch mit viel mehr Sicherheit. Und auch institutionelle Anleger werden meiner Meinung nach eher auf Ethereum setzen und die ganzen vorhandenen Netzwerkeffekte nutzen. Ich meine, Ethereum ETFs sind ja schon in der Mache und eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn das mit dem Bitcoin dann endlich klappt. Und Solana ist da meines Wissens noch nicht ernsthaft in Sicht. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder ein Argument für Solana, weil es einfach unglaubliches Wachstumspotenzial hat. Und ich meine, eine hochperformante Blockchain mit super günstigen Transaktionsgebühren sollte eigentlich ganz neue Anwendungsfälle hervorbringen. Und diese Anwendungsfälle, die wird es auf Ethereum wahrscheinlich eher nicht geben. Zumindest nicht innerhalb des kommenden Bullenmarktes, weil die Technologie von Ethereum sich wirklich zur Zeit eher im Schneckentempo weiterentwickelt. Und wenn erstmal dann die Gasgebühren wieder bei 100 US-Dollar sind und mehr und das dann pro Transaktion, dann sehe ich das ehrlich gesagt nicht wirklich, dass der ganze Mainstream der Retail auf einmal fröhlich zwischen den zwei Dutzend Layer 2s und Alt L1s hin und her bridged. Stattdessen wird man wahrscheinlich etwas verwenden, das super simpel zu kapieren ist und nichts kostet. Aktuell sehe ich da bei Solana tatsächlich die Nase vorn und weniger zum Beispiel bei Cardano oder bei Polkadot. Aber brauche ich wirklich Solana, um Long Sol zu gehen? Und das ist im Grunde eine Frage der Kapitaleffizienz. Denn je weniger ich andere Assets wie Ethereum oder Bitcoin verkaufen muss, um Solana zu kaufen, desto mehr Solana kann ich in mein Portfolio aufnehmen. Und da empfiehlt sich eine gehebelte Long Position und die könnte ich sogar auf Arbitrum oder Optimism aufmachen. Sol gibt es zum Beispiel hier bei HMX oder auch hier bei Quenta oder bei Hyperliquid oder auch gleich bei Drift oder Sita auf Solana, wenn ich Lust habe, da mal ein bisschen rumzuprobieren. Und die Funding Rates sind mir da leider aktuell aber viel zu hoch. Bei Hyperliquid lagen die Funding Rates die ganzen letzten Wochen bei deutlich über 80%. Inzwischen sind wir mal bei so um die 50%. Und da ich jetzt für längere Zeit Long gehen möchte, ist das für mich einfach viel zu teuer. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich das Ganze lieber mit Camino auf Solana mache, wo ich mit einem immerhin Zweifachhebel Long gehen kann und dabei nur 6 bis 7% Gebühren pro Jahr bezahle. Und da gibt es eben dieses Long Short Feature hier, mit dem man also fast einen 2,83, also so fast einen Dreifachhebel nutzen kann. Und da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Solana ist immerhin deutlich volatiler als andere Assets und hat dabei aber auch tatsächlich ein sehr viel größeres Kurspotenzial, meiner Meinung nach zumindest, als Ethereum. Sodass mir hier tatsächlich ein Zweifachhebel durchaus reichen würde und ich kann da also jetzt quasi nächsten Wochen gemütlich long drin bleiben und muss mich nicht allzu sehr um die Funding Rate kümmern. Und vielleicht kann ich ja sogar den einen oder anderen Airdrop mitnehmen, wenn ich, um da reinzukommen, irgendwas bridge oder swappe. Wer weiß, vielleicht klappt das ja. Aber ich mache das Ganze wirklich nur mit einem sehr überschaubaren Betrag, weil ich mir nicht so sicher bin, wie sicher diese Projekte alle sind. Und mir persönlich ist das erstmal viel zu viel Risiko, um hier so richtig reinzuklotzen. Und daher habe ich auch eine ganz normale Long Position aufgemacht, indem ich Sol ganz normal gekauft habe und diese dann in meinem Wallet halte oder zum Teil auch einfach nur bei JITO gestaked habe. Und das ist ja eigentlich dann auch schon die Frage, die Antwort auf meine Frage, muss man Solana haben, muss ich Solana haben? Und in meinem Fall ist die Antwort auf jeden Fall ja, weil ich einerseits Solana wirklich in meinem Portfolio haben möchte und gleichzeitig aber zu schissig bin, um auf Solana DeFi im großen Stil zu betreiben und gleichzeitig auch zu geizig für die hohen Funding Rates beim Hebeln. Und da würde mich mal interessieren, wie seht ihr das? Bin ich zu vorsichtig? Schreibt mir eure Meinung doch mal in die Kommentare und macht mir ein bisschen Mut, auf Solana etwas mehr in die Vollen zu gehen. Bis dahin erstmal alles Gute, viel Erfolg wünsche ich euch. Tschüss! Bis dahin erstmal alles Gute, viel Erfolg wünsche ich euch.